Für die Information Wie wie? Echt jetzt? Ja Ich hab auch immer drauf geachtet Verflucht Das vergisst man so, weiß man so und denkt sich nix Oh man Okay, Scheidert, beginne Ja, verteidigt mich mal Pödi, du bist grad bei mir in die Lava gejumpen mit vollem Kamera Lol, was schießt'n da zurück? Das kommt jetzt meine Kugeln, die kommen zurück Achso, die kommen zurück Alle mal in Deckung Feuer, hast du meine Kugeln? Verdammt, ich brauch Licht, ich seh nix Oh mein Gott, sie schießen zurück, sie schießen zurück Alter, ich krieg immer noch die Lichter Wie gesagt, ich brauch echt Licht Lukas, du machst Licht Ich hab keine Fackeln Ich hab irgendwie voll die Probleme immer Kommt Licht Oh, Alter, das kommt bei mir in die Lava gesprungen Ich wollt schon sagen Seh nix Guck mal, da so unten ist voll die Slime-Party Tschüss, Watchmen Oh Gott, Tony 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 Der User Entbuchhilfe Ach, Watchmen Werde beschossen Ah, ich wollte hier runter Ich hätte ein bisschen erkunden wollte ich Ja, dann mach das Ja, okay Aber mich allein lassen Ist ne blöde Idee Dann, dann mach mal kurz nie weiter, warte Ich guck mich kurz hier um Es ist aber auch schon ein bisschen dumm, dass der Alex jetzt nicht mehr dabei ist Ja, er hätte so viel Spaß mit uns Da hat's mich eben rausgehauen Da hat's mich eben rausgehauen Kann man nix machen, wenn er nicht da ist Oh Syltra, denk an die Tränke Oder an die Taschen Ach, Pille Ne, das war aus Versehen, ich wusste nicht, dass der Lava ist Du wusstest nicht, dass der Lava ist, oder wie? Ich wusste nicht, dass der Lava rauskommt, wenn man die vermasselt Da war's ja Was bist du überhaupt für ein Pokémon, weißt du? Du hast ne Wasserattacke, aber bist trotzdem nicht sehr effektiv Ein wildes Pokémon Ich dachte, ich hab jetzt schon diesen Schrei Was? Der Kopf ist noch unterwegs vom Wurm So, ausgeleuchtet ist hier auch Nein Oh mein Gott, fliegt zurück Sie haben das Feuer auch wieder Das wird in den Krieg Dort ist ne Feuerblume Nehmt die Feuerblume mit, wer baut denn die dann an? Ich seh die gar nicht Wie sieht denn die aus? Das... Wie viel... Brauchten wir nochmal für eine komplette Rüstung? Was? 300 noch was? 30 Balken Und 300 noch was Okay, bin wohl soweit 360 brauchst du Und 90 Obsidian Oh mein Gott, Toni Toni lässt das Wasser ab Äh, die Lava ab Oh Erster Stack weg Machen wir mit Dreck weiter Musst du Toni weiter? Woah Hilfe 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 Spawnt da direkt vor meiner Nase Frechheit Lukas, hast du zufällig Fackeln oder sowas? Was? Hast du zufällig Fackeln, um aufm Weg immer mal Licht zu machen? Ne Schade Hab keine Fackeln mit Ja, nein, ich nehme den Upper Okay Ähm, Shattered, wieviel Leben? 200? Lukas hat 200 Silberhaut Achtung, Achtung Der trafen hat 80 Ja, ich hab nämlich gerade ein Lebenskristall Und das nen Mini-Schleim mit 150 Leben Pinky Kümmern euch mal um die Giesler hier Wie süß Pinky 75 Silberkanz hat er begegnen Mengi Was baue ich denn hier die ganze Zeit, was Leben verliert? Schuss Du darfst die Demone als Herren nicht abbauen, ne? Watchmen Doch ich Das äh, du verlierst um die Hälfte Ich sag nur Ich sag nur Dirtblocks fahren, ne? Dam, dadam Ist echt nett, wie ihr mich gerade unterstützt Na, Lukas Ich komm, wo mir schon neben der Bisslung das helft, da Ah, Hilfe! Drecksviech gestärben Ähm, ja Ah, da kommt wieder einer mit einer Puppe Da kommt wieder einer mit einer Puppe Lukas Mich über der Lava töten, ne? Töte ihn über der Lava Nein, töte ihn nicht über der Lava Töte ihn über der Lava Töte ihn über der Lava Ja, er ist tot! Und ich hab sie gefangen Nein, natürlich haben wir jetzt nicht über Aber der dort unten, ja, der feimt, der nervt jetzt Halt, lass mich oben drauf Schopp So, gut Dann können wir gleich hier weitermachen Warte, ich mach Licht Licht ist gut Als wär auf der Lichte Uff Feigen, was ist das als meine Pokémon logikiert? Ich hab hier ne Pflanzenattacke, ne Pflanzenschwerf Und Achtung, Hilfe! Nett über Pokémon labern, lieber mich beschützen So, ich sag mir grad schon wieder ein bisschen Lava Ich? Ja Ja, ich mein' ich kann's, ne? Deine Mutter kann's Wow Hiltra, wie viel Helst du denn hast du jetzt schon? Äh, 310 Schön Passt, ich hab oben nämlich auch noch 200 Und jetzt hab ich hier auch noch 77 Hey! Was soll der Scheiß? Aber ein extremen Lack Auf dem Server Ja Das liegt an der Lave bestimmt Nein! Warum hast du das gemacht? So, nicht Macht mich feucht Nicht ernsthaft So, zu da Blöd, ich bin schon unten bei der Levelgrenze Ich bin unten schon bei der Levelgrenze Ich bin unten schon bei der Levelgrenze Bei der Levelgrenze? Dann farm sie auch ab Oh ne Aber mal schwirrisch mit meinen ist nichts, weißt du So, wir haben ein großes, offenes Gebiet Da brauche ich jetzt Action-Tile So, weiter geht's Ich denke aber, der lässt den Wohl für Ein Feuer im Lukas ist grad für der AfKar Nee Nein, gut Weiter geht's Seh nix Ach, ich bin blind Genau, die Feierbett gibt mir Licht Sie helfen uns bloß Sie wollen nicht unser Feind sein Sie wollen Kinder mit uns haben Ich aber nicht mit ihnen Achtung, von hinten So, ich habe jetzt eine komplette High-Store-Store Boah, Alter, ich erschrecke mich immer, wenn ich hätte auf einmal die Lava rennen Hä? Ja, da würde ich nicht drauf treten, ne? Wo drauf? Auf das rote Hedge hier Auf die roten Bricks? Das sind doch bloß Bricks? Nein! Das sind die High-Store-Bricks Ja, ja, aber die müssen auch schaden, okay? Nein, Austritts kriegste Schaden, ja Auf die roten Bricks, ja Auf die roten Bricks, ja Jawohl, Jock hat noch Jawohl, dir lassen wir ab Dann verteidige ich ihn mal ein bisschen Ich brauche ein bisschen mehr Mana. Oh, Feuilhelm. Haha, Wasser ist mächtiger als sein Feuer. Sag mal Bescheid, wenn ihr wieder Ernte oder Steinbrot. Ich habe gerade 5, 6. Vielleicht hast du noch was? Ja, ja, ich habe noch genügend. So schnell wie er farmt, kommen wir nicht voran im Moment. Also ich bin der Meinung, es muss nicht gerade eben sein. Jeder hat irgendwie so... Ja, springen können wir ja. Warum hast du keinen Schaden darauf bekommen? Weil ich die Skull habe. Skull? Boah, ich bin... Alter! Boah, in der Nase so ein hässliches Skull. Da hast du einen Haltrank. Ach, der Obsidian Skull, oder? Ja. Ich habe nichts mehr zum Bauen, ne? Ach, du willst auch bauen? Moment, ich habe noch bestimmt... Ja. Äh, Lukas, geh mal ein Stück, genau. Danke. Ich habe eine komplette Rüstung jetzt zusammen. Oh, von der Seite kommen... ...viele. Oh, ich habe so einen Druck auf der Blase. Echt jetzt? Ja. Dann wollen wir deine kleinen Auffausen auf meinem Fausen. Oder warst du jetzt bloß ein Scherz von dir? Das sage ich immer, wenn ich mit meinem Zauberstab rumwedel. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt dein Ernst. Nein. Das kann ja sein, dass du Wasser ablassen musst. Du bist so... Humorresistent. Wie eh und eh. Das Humorbefehl. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nett, nett. Ein neues Herz. Herzen können wir gebrauchen. Was? Ja. Das benutze ich. Von mir aus. Oh, da kommt so ein Viech. So. Syltra, was machst du? Was führt dich hierher? Möchtest du hier weiterfahren? Ja, ich habe keine Trinke mehr. Ach so. Syltra, hier. Brauchst du ein paar Blumen oder wie? Ich bin hinter dir. Ja, Sheldon hat es jetzt aufgesammelt. Oh, shit. Moment. Riech ein Herz? Halt, das ist eine Fire Blossom. Das ist eine Voodoo. Was? Ja? Wo ist denn der Obsidian Skull? Den finde ich jetzt gerade gar nicht. Loll. Nimm du mal zwei. Syltra. Warum hast du nicht? Darf ich die Voodoo-Puppe einfach mal wegwerfen? Hier so ein Wasser rein? Äh, na, die Lava. Habe ich nicht gerade einen Obsidian Skull aufgehoben? Ja, hast du. Ich sehe den? Du hast Tränke aufgehoben. Einen Tränke hast du aufgehoben. Ach, Tränke habe ich. Ach, verdammt. Scheiß Viecher hier. Ich verstecke. Nein, die kommen jetzt auch da runter. Genau, Syltra. Bewach mich mal. Wo habe ich denn da was? Healing Potion. Was für einen Tränke habe ich aufgehoben? Ah, da. Obsidian Skill. Ach, das waren die Tränke. Dachte irgendwie Obsidian. Okay, passt. Nicht Obsidian Skill. Nee, ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt nach dem Teil gesucht, was du irgendwie trägst, um über die Steine zu laufen. Ach so, nee. Das dachte ich jetzt. Ich könnte euch voll verwirren. Backe. Ja, wo ist denn das Stelle, was du mir gegeben hast? Hä? Wo ist denn das? Das ist ein Lillaner Trank. Ja, wo hast du... Ich habe es gefunden. Hast du das Syltra wiedergegeben? Ja, ja, ich habe es ihm gerade hingeworfen. Ah. Oh. Da kommt ein Dämon. Wenigstens macht er ein bisschen Licht. Und nur eine Kugel. Oh. Hey, da ist eine Kiste. War da was Gescheites drin? Ja. It's me, Mario. Ja, 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 ja. Ja, was ist mir stört, Alter. Ähm. Wollt ihr mich töten, oder was? Hm, ganz ehrlich, ja. So, der Dreckhaufen ist auch aufgebaut. Steine geht's jetzt weiter. Ja. Du musst dir Platz im Inventar machen. Ja, braut mich eigentlich. Du was brauchst, du musst einfach mal hochkommen. Komm, Schett. Was? Wenn du wieder was... Ja. Ja, 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 ja. Was? Ja. Wisst ihr, was damit sagen, Pokémon existieren kann in der wirklichen Welt? Komm, wiederhol dir das Herz. Deine Mutti ist ja nicht gesagt, oder es ist halt auch nicht reich dafür gewesen. Meine Kindheit ist zerstört. Nicht wirklich. Oh, noch ein Herz. Sehr schön. Das sind Schweizerzen. Die können wir immer gebrauchen. Ja, das können wir in der Tat. In der Tat. Der Blattmund wieder mal. Vorschen. Ähm, da hattest du ja auch Ausloggen auf die Hölle. Die Schelle müssen mich gerade verarschen. Auf einmal kommt die Wall of Flash. Ne? Ich muss AFK. Okay, dann bring dich in Sicherheit. Hier unten ist es, glaube ich, nicht so sicher für AFK-G. Bis dann. Tschüss. Viel Spaß. Boah. Ja. 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 Taubern kannst du auch, hä? Ja. Ja.